ARD Text im Auftrag von Funk Wäre schlecht, dann können wir mich nicht schützen. Boah, ich hab ne Bonne dabei. Cool. Müsste gehen, ja. NEIN! Warte mal, das muss doch irgendwie gehen. Scheiße. Ne, oder? Naja. Oh mein Gott, ne Bombe brauchen wir oder sowas. Ich hab ne Bombe dabei, ja. Müssten überlegen. Oh mein Gott, du hast genau extrem scheiße geworfen. Was ist denn? Warum denn? Kommst du drauf? Oh mein Gott, wie das denn? Genau. Du bist halt immer. Du bist halt immer. Ich hab noch ein Lehmklumpen. Da können wir vielleicht noch, äh... Ich wollte da hinkraben, also so Kradekraben eigentlich. Wir kommen auch bis zur Hinsen. Ja, was oder? Wohin? Und wir kommen auch bis zur Hinsen. Kradekraben. Also mit so einem Lehmklumpen. Wir haben kaum Lehmklumpen. Ja. Wir können hier eigentlich Eisen abbauen. Oh. Nein. Mach das nicht zu, sonst kommen wir da nie wieder hin. Hier können wir... brauchen wir Bomben. Oh mein Gott, ey. Wir sind am Leggen erst teilweise. Okay. Ähm... Ich glaub... Ja. Warte, die Hunden sind noch Bomben. Ich hab so Angst, ey, runterzufallen. Alter, was für Legs, alter. Kann das sein? Das ist ein Klump, ne? Ein bisschen ätzend gerade. Das ist Schwefel da. Das kannst du graben, das Schwefel. Aber ich muss auch wieder hochkommen. Ja, das wollte ich grad sagen. Wow. Genau von hier. Genau so. Wie geil. Wo? Neben dem Torn. Neben dem Torn. Da unten ist auch ein Ei. Warte, helfen wir mal mit dem Eisen. Das kann man verkaufen. Wow. Hm. Hier ist noch ein Eisen. Warte. Boah, ich wäre schon hundertmal runtergefallen, wenn wir nicht diese Ebene machen würden. So. Hoffentlich gehen wir... Ja, allerdings, ey. Ein bisschen zum Kotzen gerade. Major ist der Typ schon. Kannst du schon klettern? Kannst du jetzt klettern? Kannst du jetzt klettern? Kannst du jetzt klettern? Ja. Kannst du jetzt klettern? Vielleicht kann man hier irgendwie so schräg hoch... Vielleicht kann man hier irgendwie so schräg hoch... Oh mein Gott! Mach's gut. Ich hab'n dickes Problem. Wohl. Warte, warte. Oh, das könnte schwer werden. Lauf einfach. Lauf einfach. Lauf einfach. Lauf. Wohhh! 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 Alah! Guck mal, guck, ey! Das war knapp, ey. Du hast einen Aufzug gehabt. Ja. Ich wollt grad sagen, ich bau noch einen Aufzug, aber das ging ja noch. kommt noch ein leben klumpen bitte ich habe 23 aber erst mal kein bausatz kaufen sollten vielleicht noch ein bisschen mehr was wir sollten zu den größten gold vorkommen weil hier drüben waren auch welche können das gold abbauen mit wenigstens ein bisschen an geld kommt warte ich aktiviere mal die maus damit ich genauer steuern kann so du spacken solltest genau dahin laufen allda kann das denn sein weil die scheiße will dann nicht klettern ich will klettern können glücklicher hast du ein leben klumpen ja sei schräg hoch schräg hoch oder danach nach rechts scheiße wird noch einkaufen sollen ach egal schon passen hier haben wir eine bombe das sind überall eier irgendwie wenn ich das gold jetzt abbaue dann fällt das ganze zeug runter extrem scheiße ja ich habe es gesehen das wäre jetzt für gewinnen oh man wenn wir die wenn wir das hier alles weg sprengen dann verlieren wir das ganze gold das fällt alles runter oder soll ich nochmal eisen abbauen vielleicht noch wenn du klettern kannst dann dann müsste auch eigentlich ähm moment müsste vielleicht auch etwas höher kommen oder weil du hier klettern kannst da wo ich bin jetzt gerade obwohl er könnte schwer werden bin ich sicher das und dann kann ich hier rüber und dann geht und dann geht ja stein ah stein ok alles klar ok Oh Mann, das ist scheiße, wenn man die ganzen Eisen verkaufen muss. Das bringt so wenig. Wenigstens etwas. Eigentlich brauchen wir nur noch... Boah, eigentlich ist die Mission viel zu simpel. Wenn man nicht runterfällt, dann geht das ganz schnell. Man muss ein bisschen Rohstoffe abbauen und dann die Bausitze kaufen. Man muss keine Energiestromleitung versetzen. Ähm, warte mal. Wir brauchen ja noch... Wir brauchen insgesamt sechs Bausätze noch. Zwei könnten wir uns kaufen. Das heißt noch... Vier... Noch 60 Gold brauchen wir. Wenn man rech... Wenn man rechner richtig war. Keine Ahnung. Ist hier so ein scheiß Warten? Haha, weißt du? Ich glaube, ich könnte euch anderen wieder rumholen. Wo fließt das hier? Was tut du? Keine Ahnung, ich will in die Bombe. Genau das wollte ich gerade machen. Kannst du das Wasser zuschütten. Genau das. Das dreht mich an. Ah, ja. So, euch noch eine Bombe. Wieso? Warte. Genau, grab du mal da oben. Kommst du da oben nicht dran? Scheiß... Ja, du kämpst... Oh, schade. Ja, supergeil. Kann man jetzt auf die andere Insel vielleicht? Mach ich krapier mal ein bisschen runter. Nein! Nein! Ah, ich kenne da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, ab nach rechts. So, jetzt kann ich. Geile Sache. Nach Jesus wiedersehen. Da oben ist dein Haus. Hey, du kannst eigentlich jetzt wieder zu deinem Haus. Kann ich, ja. Aber ich würde sagen, du gehst jetzt nicht Bausätze einkaufen, weil das wäre total mogel, oder? Warum nicht? Ja, weil du jetzt noch 60 Gold hast. Dann hätten wir jetzt schon alles vorbei. Ja, ich würde jetzt nicht. Nee, kauf keine Bausätze. Weil wir uns das total ermogelt haben. So. Wollen wir das? Oder was sagen die Zuschauer dazu? Hahaha. Genau. Stimmt ab jetzt. Alter, hier ist viel Wasser. Mann, oh Mann. Was soll ich denn kaufen? Keine Ahnung. Lehmkloppen oder sowas. Alles klar. Habe ich noch einen Goldklumpen? Schon klar. Übertreibt er es voll.